Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario World, yeah, und nicht mehr weit zu Bowser, aber erstmal noch ein paar Level machen, bevor der Big Bowser kommt, aber ich glaube so big ist der gar nicht. Oh, den hab ich nicht gesehen. Das war dumm. Oh, fast schon noch mal. Zack, zack. Fell, fell, fell. Da geh ich jetzt nicht mehr. Okay. 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 Mein, ich hab so... Ich hab Probleme mit Panzern. Haha, was sag ich? Die Panzer sind böse. Okay. Machen wir so. Und der noch? Kommt der noch mal in den Panzer? Nein, den hol ich mir. Zack. Und auf die Vögel aufpassen, oder auf die Fledermäuse, so. Ja, sind Fledermäuse. Ich will endlich zu Bowser und meine Peach retten. Bam, bam. So. Bam. Okay. Du, es hat geklappt. Unglaublich. Oh man, das Level ist bis jetzt langweilig. Da passiert nix. Außer, dass es extrem deckt. Haha. Meine Fresse. Och nein, schon noch mal. Geh weg von mir. Bam. Das war Kunst. Ja, ich weiß. Haha. Das kann man keine Kunst nennen, was ich hier mache. Die hole ich mal. Ein Bild. Immer gut, immer gut. Mittelpunkt. Super. Geht ja schnell voran. Äh, ach so. Ja, ich glaub, da braucht man Yoshi. Wow. Äh, wo bin ich denn hier sicher? Ach so, nirgends. Doch. Was zum Teufel? Okay. Hier jetzt in der Mitte stehen bleiben, sonst werde ich zackwärts. Zack. Genau. Kein Mario. Okay. Die hole ich mal. Zack. Und jetzt? Dahin. Nein, nein, nein. Erstmal dahin. Das Level kenne ich irgendwie her. Ich glaub, das hab ich schon mal gesehen. Bei irgendeinem Let's Player. Weiß aber jetzt nicht mehr wem. Bei wem. Oder war das auch bei Kaiser Mario so in etwa? Ich weiß nicht mehr. Bam. Und jetzt? Da runter? Geht's so lang? Ich glaub, da ist er in der Sackgasse. Genau. Ohohoho. Da hab ich richtig... ...vermutet. Boah, das Level ist langweilig. Bam, bam, bam. Äh, und jetzt? Jetzt erstmal runter. Alter, das nervt. Oh, ich bin aber noch nicht kaputtgegangen hier. Was ein Glück. Äh, okay. Äh, ich glaube, das wird dumm. Nein. Boah, nein. Wann ist das zu Ende? Äh, äh... Oh, ich muss noch... So. Und... Oh, da. Okay. Pack ich das? Ja. Zack, und rein. Scheiß auf die München. Die braucht kein Mensch. Äh, äh... Äh, ich springe einfach. Ich springe. Ich muss schwerweilen. Ohaah. Ja, scheiß drauf. Okay. Wunderbar. 28. Geil. Ja, langweiliges Level, aber leicht. Hehe. Sogar für mich ein bisschen zu leicht. Bam, und jetzt? Warum war das so ein großes Feld hier? Geisterhaus. Das machen wir doch direkt mal. Okay. Oh, ich... Ich liebe Geisterhäuser, aber die sind... ...echt nervig. Die können nervig sein. Wegen den scheiß grünen Dinger hier zum Beispiel. Bam! Und rein. Äh... Scheiß auf die Aschimünze. Äh... Wow, wow, wo geht's lang? Ich renne. Scheiß drauf. Nein? Nein, nochmal. Nochmal. Das war dumm. Was gibt's denn hier rechts? Oh, da gibt's auch was. Hä, wie mach ich das denn? Fuck. Äh... Ich weiß nicht, wie lang? Äh... Äh... Okay, hier geht's weiter. Au, hier gibt's eine andere Tür und, glaube ich. Boah, zum Teufel. Was passiert hier? Hä? Nein, falsche Tür. Ich wüsste es doch. Wow. Geil. Ich weiß den Weg nicht. Okay. Okay. Beile. Fuck. Och, nöö. Och, nö. Das gibt's nicht. Ich muss mich... Ich muss mich beeilen hier. Äh... Okay, also. P-Switch und zack, renn. Oh, meine Freude. Nein. Alter, das Level... Das Level nervt. Das war dumm. Ach, ich muss P-Switch. Oh, Lick. Ich will den nicht holen. So, okay, jetzt. Konzentration. Konzentration. Renn, 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 renn. Ah. Zack. Und hier rein. Okay. Äh. Hallo? Was? Ich bin voll verwirrt hier. Was ist denn für ein Level hier? Nein, ich bin schon nochmal falsch. Nur für die Yoshi-Münze hier. Das gibt's nicht. Muss ich da hoch? Keine Ahnung. Jetzt bin ich schon nochmal hier. Welche Tür ist denn richtig hier? Mein Gott. Ich hab wenigstens alle Yoshi-Münzen. Geil. Ich hol mal die vorletzte. Das hol ich mir noch mit. Okay. Ich mach mal ein Save-State hier. Ähm. Oh, ein Ziel. Gibt es bestimmt noch ein anderes Ziel, aber egal. Alles klar. Und dann... Bende ich gleich den Part. Mal schauen, was jetzt... ...kommt. Äh. Ready of Bowser 3. Wie viele Level sind das denn ungefähr noch? Eins, zwei, drei... Nicht mehr viele. Egal. Okay. Ja, ich spende hier den Part. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht, mit Let's Play Super Mario World. Yeah, ciao, ciao. 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 Vielen Dank.